CodeCheck Plus ist sehr einfach in der Anwendung. Legen Sie einfach eine Ticketrolle in das Gerät ein, schließen Sie den Clip und schon können Sie Ihre eigenen Tickets drucken. Seien es Garderoben-Tickets, Eintrittskarten oder Gepäcketiketten. Drucken Sie das Ticket mit dem Knopf an der Seite des Ticketdruckers aus. Mit der optionalen Tastatur ist es möglich, fünf verschiedene Tickets zu drucken. Über die Nummerntasten können Sie jede gewünschte Anzahl von Tickets drucken. Durch Eingabe eines selbst ausgewählten PIN-Codes erhalten Sie einen Überblick über alle Verkäufe des Tages. Wir nennen dies den X-Bericht. Nach Druck des X-Berichts kann der Ticketdruck sofort weitergehen. Am Ende des Geschäftstages können Sie einen Abschlussbericht mit allen Verkäufen des Tages abrufen. Nach dem Druck dieses Z-Berichts wird die Nummerierung auf Ihren Tickets zurückgesetzt und Ihr Ticketdrucker ist für den nächsten Tag bereit. Der Drucker lässt sich ganz einfach über eine App auf Ihrem Handy programmieren. Sie haben die volle Kontrolle über Ihren Drucker, da alle Daten und Logos anpassbar sind. So einfach ist es, Ihre eigenen Tickets zu machen. Sie haben die Vögel, die Vögel, die Vögel, die Vögel, die Vögel oder die Vögel. So einfach über einen Ticketdrucker ist für den Schuss, die ich mit den Schuss auswählen. So einfach über die Vögel, die Vögel, die Vögel oder die Vögel, die Vögel, die Vögel auswählen. Vielen Dank.